Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie, herzlich willkommen zur kosmischen Schwingung im Juni 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorff. Der Juni beginnt mit herrlichen Romantikkonstellationen und ist prima für gesellige Aktivitäten und Partys. Wenn ihr diesen Monat genießen wollt, dann gelingt das am besten, wenn ihr gute Momente mit netten Menschen teilt und euch amüsiert. Auch flirten macht Spaß, solange man dabei respektvoll mit den Gefühlen anderer umgeht. Ab dem 4. Juni wird die Liebesgöttin Venus eine Reihe von herausfordernden Aspekten bilden und manche Leute werden sich ohne nachzudenken in wilde Abenteuer stürzen. Da ist es gut, wenn man einen kühlen Kopf bewahrt und erstmal nicht alles so nah an sich rankommen lässt. Deshalb ist der Juni ungünstig, um heikle Themen anzusprechen oder alte Wunden wieder aufzureißen. Von Leuten, mit denen man sich nicht versteht oder keine Gemeinsamkeiten hat, sollte man einen freundlichen Abstand wahren. Wenn ihr in dem ganzen Trubel eine Beratung braucht, bin ich natürlich jederzeit gerne für euch da. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder über mein Kundentelefon und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. Auch diesmal könnt ihr wieder etwas in meiner Verlosung gewinnen, nämlich die Beratung gewinnt des Wandels anlässlich des Eintritts von Uranus ins Zeichen Stier. Und wer gewonnen hat, das erfahrt ihr in der kosmischen Schwingung vom Juli und wie ihr teilnehmt. Dazu gibt es mehr Infos am Ende des Videos, also bleibt dran. Im Mai habe ich eine Chiron-Beratung verlost und gewonnen hat meine Zuschauerin mit dem schönen Profilnamen allerlei Frau. Herzlichen Glückwunsch und bitte melde dich auf meiner E-Mail-Adresse, die unten eingeblendet ist, damit ich mich mit dir in Verbindung setzen kann, um einen Termin für die Beratung zu vereinbaren. Jetzt schauen wir uns die Konstellationen vom Juni näher an. Ihr wisst ja, dass ich die ganzen langsam laufenden Planeten ausführlich im Jahreshoroskop behandelt habe und dieser Erlebnishintergrund gilt auch für den Juni. Das könnt ihr euch im Video des Jahreshoroskops nochmal anschauen oder in meinem Buch nachlesen. Die beiden großen Planetenübergänge von Chiron und Uranus habe ich in den Horoskopen von April und Mai und in den dazugehörigen Specials ausführlich gedeutet. Und falls ihr die noch nicht gesehen habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Und bei dem Uranus-Special gibt es auch wieder ein Beratungsgeschenk von mir. Das findet ihr, wenn ihr euch das Video anschaut. Jetzt starten wir in den Juni und das mit der Sonne und dem Merkur in den Zwillingen und der Mars steht hier im Wassermann. Die Venus befindet sich im Krebs und bildet ein wunderschönes Harmoniedreieck mit Glücksplanet Jupiter und Romantikplanet Neptun. Jetzt schweben viele auf Wolke 7, besonders die Wasserzeichen Krebs, Fische und Skorpion. Doch die Aspekte zeigen, dass im Laufe des Monats mit der Romantik leider auch Heimlichkeiten einhergehen und wohl auch fremd geflirtet wird. Ab dem 4. Juni schon beginnt eine Serie von Aspekten, die Unstimmigkeiten anzeigen. Vielleicht wird man kritisiert oder eine Konkurrentin taucht auf und versucht, die Beziehung durch kritische Bemerkungen zu unterhöhlen. Singles verlieben sich womöglich in Kandidaten, mit denen sie außer einer gewaltigen Anziehungskraft nicht wirklich viel verbindet. Vor allem rund um die Monatsmitte neigen wir sogar dazu, eine Beziehung, die in Schieflage geraten ist oder einen neu begonnenen Flirt spontan aus einem Impuls heraus zu beenden. Am 13. Juni wandert die Venus in den Löwen und das ist genau zu Neumond, der hier in den Zwillingen stattfindet. Die Zwillinge stehen für einen leichten und lockeren Umgang miteinander, für Geselligkeit, für Kontaktfreude und Spaß am Zusammensein. Sie gelten ja auch als ein bisschen oberflächlich und wisst ihr was? Das ist genau das, was wir in diesem Monat brauchen. Fröhlichkeit, Leichtigkeit und es darf gern ein bisschen an der Oberfläche bleiben, indem man freundlich miteinander umgeht, selbst wenn vielleicht im Hintergrund noch einige ungeklärte Angelegenheiten schmoren. Denn wenn wir uns auf Problemgespräche einlassen, können die sehr schnell sehr emotional werden und unter die Haut gehen. Das zeigt die Stellung von Merkur, der während dieser Neumondphase ins Zeichen Krebs wechselt. Am besten setzen wir die Konstellation um, wenn wir empathisch und mitfühlend sind, aber gleichzeitig versuchen, die Dinge nicht zu persönlich zu nehmen. Für die Neumond-Meditation eignet es sich deshalb, dass ihr darüber nachdenkt, wie weit ihr im Gespräch gehen wollt und welche Themen ihr bis Anfang Juli erst mal vertagen könnt. Dann haben wir nämlich viel bessere Sterne für sowas. Denkt einfach an den schönen Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Für eure persönlichen Vorhaben und auch im Beruf ist dieser Neumond sehr gut, denn Merkur steht hier im günstigen Aspekt zu Uranus und versorgt uns mit brillanten Ideen. Mit dem Neumond am 13. Juni beginnt auch eine kritische und zugleich sehr prickelnde Phase und die geht bis zum 22. Juni. In dieser Zeit baut sich eine starke erotische Spannung zwischen den beiden Liebesplaneten Venus und Mars auf und die hat ihren Höhepunkt genau zur Sommersonnenwende am 21. Juni. Seht ihr hier. An diesem Tag um 12.07 Uhr tritt die Sonne ein ins Zeichen Krebs und das ist dann auch der kalendarische Sommerbeginn. Astrologisch ist die Sommersonnenwende einer der wichtigsten vier Tage des Jahres und die Konstellationen zeigen dann immer die Stimmung des kommenden Quartals an. Und da kann man sagen, dass uns ein sehr heißer Liebessommer bevorsteht, wie ich es ja auch schon in meinem Jahresroskop vorhergesagt habe. Venus und Mars stehen sich am Tag der Sonnenwende genau gegenüber und das auch noch exakt auf der Mondknotenachse, die ja schicksalhafte Liebesbegegnungen anzeigt. Und diese Begegnungen können unter die Haut gehen und wir können vielleicht auch wirklich einen Seelenpartner treffen. Aber es ist eben nicht gesagt, ob wir eine solche Begegnung auch in unser jetziges Leben und unsere Lebensumstände integrieren können. So mancher wird geneigt sein, sich spontan in neue Beziehungen oder ein heißes Abenteuer zu stürzen, ohne so recht über die Folgen nachzudenken. Und es wird bestimmt vorkommen, dass sich die heiß Verliebten überlegen, eine bestehende Beziehung zu opfern. Deswegen ist mein Tipp, egal was im Juni passiert, ihr solltet überhaupt nichts überstürzen. Selbst wenn eine neue Liebschaft sich unfassbar heiß und großartig anfühlt, solltet ihr innehalten und tief durchatmen und überlegen, was das für euer weiteres Leben wirklich bedeuten könnte. Wenn es wirklich wichtig ist und die Person für euch auf lange Sicht eine Rolle spielen soll und wird, dann gibt es keinen Grund, etwas zu überstürzen. Dummerweise verführen uns die Sterne aber genau dazu, in der besagten Zeit Liebesrisiken einzugehen. Die kritischen Aspekte im Juni sind übrigens auch finanziell heikel. Auch hier kann es vorkommen, dass wir unbedacht Risiken eingehen, weil wir glauben, etwas unbedingt besitzen zu müssen oder weil wir Geld ausgeben, um jemanden zu beeindrucken, der uns gefällt. Auf euer Geld müsst ihr also im Juni auch ein bisschen aufpassen. Der Vollmond am 28. Juni findet in den Zeichen Krebs und Steinbock statt und das in enger Verbindung hier zu Saturn. Und ihr wisst ja, Saturn ist der Zuchtmeister unter dem Planeten, der uns mit erhobenem Zeigefinger vorführt, was wir falsch gemacht haben. Wenn also irgendwas Heißes gelaufen ist, was schief gelaufen ist, was Heimliches gelaufen ist im Juni, wird sich wohl zu Vollmond ein Gefühlskater einstellen. Das kann äußerlich passieren durch einen Partner oder andere Menschen, aber es kann auch ein ganz stiller innerer Prozess sein, wenn wir merken, dass wir was angestellt haben. Ich hatte ja angedeutet, dass es auch zu heimlichen Liebschaften kommen kann. Die müssen noch nicht mal rauskommen, aber die Beteiligten bekommen zu Vollmond ein schlechtes Gewissen und fühlen sich gar nicht mehr wohl mit dem, was sie getan haben. Fast zeitgleich, nämlich in der Nacht zum 27. Juni, beginnt die zweimonatige Rückläufigkeitsphase von Mars. Wenn wir in dem Moment eine Konfliktsituation haben, wird die wohl erstmal weiterschwelen, bis der Mars wieder direktläufig wird. Das ist am 27. August. Oder wir rauschen mit Vollgas in einen Zusammenprall mit dem Partner oder Flirtpartner, was zu einer großen Ernüchterung führt und man geht erstmal getrennte Wege. Jedenfalls ändert sich Ende Juni die Energie und man hat das Gefühl, dass viele Aktivitäten zum Erliegen kommen oder sich in eine ganz andere Richtung entwickeln als erwartet. Ihr wisst ja, Mars ist der Planet der Energie und des Schwungs, aber auch der Lust und des Triebs und man kann sich ja vorstellen, wenn der langsam und langsamer wird und dann rückläufig wird, dass dann eben die Leute den Schwung verlieren, die Lust verlieren oder dass Dinge dazwischen kommen und das ist so ein bisschen wie beim rückläufigen Merkur. Bloß bei Merkur sind es die Informationen, die einem fehlen und beim Mars ist es der Schwung, der einem auf einmal fehlt. Und dann darf man auch keinen Druck ausüben, das bringt gar nichts. Man muss dann einfach ein bisschen gelassen sein, ein bisschen abwarten, die Situation aussitzen. Und denkt immer dran, Ende August wird der Mars wieder direktläufig und vieles von dem, was zum Erliegen gekommen ist, kommt dann im Laufe des Septembers wieder in Schwung. Auch eine Liebesangelegenheit. Ich bin darauf auch in meinem Jahreshoroskop sehr ausführlich eingegangen, das könnt ihr euch auch noch mal anschauen oder es in meinem Buch nachlesen. Im Juli spendet uns die Venus dann wieder versöhnliche Aspekte. Sie wird dann nämlich in Harmonie gehen zu all den Planeten, zu denen sie vorher kritische Aspekte gebildet hatte. Aber grundsätzlich ist die Stimmung im Juni gar nicht so schlecht, auch wenn es beziehungsmäßig heikle Momente gibt. Denn die Sterne stehen gut für alle Arten von Geselligkeit und Partys und freundschaftliche Treffen. Wenn wir ausgehen, zum Beispiel ins Theater oder zu einem kulturellen Event, werden wir uns gut amüsieren. Besonders ab dem 13., wenn die Venus in den Löwen geht. Venus im Löwen ist eine wunderbare Partykonstellation. Solange wir darauf verzichten, mit Situationen herumzuspielen, die die Gefühle anderer verletzen könnten und überhaupt auch darauf verzichten, bei anderen den Finger auf den wunden Punkt zu legen, sollte es möglich sein, die schwierigen Aspekte zu umschiffen. Manchmal kann etwas Oberflächlichkeit durchaus Trumpf sein. Nennen wir es nicht Oberflächlichkeit, nennen wir es Diplomatie. Wenn wir diplomatisch und freundlich miteinander umgehen, dann klappt es auch mit unseren Beziehungen. Wie sich die Konstellationen für die einzelnen Sternzeichen auswirken, das erfahrt ihr wie immer in meinen Sternzeichen-Videos. Und da bin ich auch ausführlich auf die Auswirkungen des rückläufigen Mars eingegangen. Also schaut euch euer Sternzeichen-Video auch auf jeden Fall noch an. Das waren eure Konstellationen im Juni. Wenn ihr mehr über euer persönliches Zoroskop wissen wollt, zum Beispiel wie sich eine Liebes- oder Finanzsituation entwickelt, dann könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Das könnt ihr zum Beispiel nutzen, um zu erfahren, wo der Wind des Wandels mit Uranus durch euer Leben weht. In dem Zusammenhang ist auch diesmal meine Verlosung. Da gibt es nämlich eine Uranus-Beratung zu gewinnen. Und darin erfahrt ihr, welche aufregenden Veränderungen mit Uranus für euer Leben anstehen. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch auch unbedingt mein Special über Uranus an, Wind des Wandels. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch meine Videos über Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.